um zu rechnen letzte folge aufnehmen ganz genau die aufnehmen die das video genau ungefähr 20 minuten lang wegen intro auto Und dann passt das. Dann ist das ziemlich genau. Wenn ich dann halt über Lain Lacks 20 Minuten mache, dann 10 Sekunden. Naja, dann ist das halt auch. Es ist nochmal wegen dem Intro nochmal 10 Sekunden und auch nochmal 10 Sekunden. Dann ist es halt also 30 Minuten und 30, geil. Ähm, ja. Nein, zweites Portal. Okay, blau. Einmal blau. What the fuck war das knapp. Äh. Dann wieder hoch. Das Ding, den Cube wieder durchbringen. Bring ich den Cube wieder durch? So, und wenn ich das geschafft habe, ist es brutal zu nehmen. So, ist der Cube da drüben? Nein! Was für ein Scheiß! Ich bin am Arsch, weil ich habe jetzt ja nicht genau das falsche Ding geschossen. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich hab ihn vergessen. Ich muss da drüber. Beziehungsweise nur ein Portal muss rüber. Okay, das heißt ich muss jetzt laut dahin ballern. Und dann kann ich laut dahin ballern. Warum? Es hieß immer so, dass ich hier auch drin bin. Nicht so. So. Jetzt hab ich's wieder geschafft. Und jetzt darf ich's mal nicht den Fehler machen. Und jetzt darf ich's mal nicht den Fehler machen. jetzt nicht ruhig ja oder ähm ich steh den hier drauf so so jetzt hab ich den nämlich gewechselt jetzt wollen wir nur noch schnell rauschieren die Durchgangs ist ausgeschaltet und dann muss ich auch rauschieren und blau und dann hab ich's seit 30 Minuten noch Potter eigentlich gelöscht und jetzt kann ich dich Kips austauschen um um und Fasn was und was Ah und was? Wie war das noch gleich? Ob man da oben freigestellt wäre. Es war doch so, dass ich den Typ austauschen musste, damit ich den wieder zu freien Verfügung hatte. Weil ich die noch immer wiederholen kann. Dann muss ich immer wieder so blöd aufhauen. Ähm... Mein Problem ist jetzt, wie geht das hier nochmal weiter? Hm... Klar, ich kann mich rüberballern. Aber ich kann ja den Ding da nicht holen. Den Beam. Hm... Wie mache ich das noch was? Wie geht das nochmal? Eee... Hm... Also dadurch komme ich. Das ist das Problem. Haha, ich schau da runter, dann kann ich immer den Kies sehen. Oh, das war ja Ding. Oh, das war ja Ding. Hm... 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 Wie konnte ich den jetzt holen, sodass er ohne dass er jetzt zerstört wird? Das ist einfach so, oder? Das ist einfach so, oder? Ja... Das habe ich mir so lange überlegt. Aber ich dachte schon, das wäre es jetzt. Ähm... Natürlich ist es nicht, als ob... Ah ja, klar. Dass es das nicht ist, ähm... Ein bisschen den Kieb nämlich drauf lassen, dann ähm... Wir drücken uns jetzt mal rüber. So weit das ist, ist klar. So weit das ist, ist klar. Ich muss da ja weiter durchkommen. Was jetzt weiterkommt... Wie mache ich das? Nochmal? Ich weiß. Schon wieder. Schon wieder habe ich das falsche Portal geschossen. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen sie jetzt auch schon ein Portal erschießen. Oh... Ah... Endlich! Rorsch! Ich hab's getan. Boah, Digga. Mein Tent ist echt schwer zu lösen. Obwohl ich... ich... Das Spiel ist für mich. Man hat halt alles nicht mehr so einen Kopf, wenn man das in der Zeit nicht spielt. Ähm... Ich hab's nicht mehr gehört. Ich hab's nicht mehr gehört. Ich hab's nicht mehr gehört. Um... Es ist so leidig. So, jetzt haben wir das quasi auf den Kopf gelenkt und der Gebu hat das angemacht und jetzt können wir hier mal schnappen und ihn ausrichten und zwar müssen wir ihn so ausrichten ähm genau und dann müssen wir hier den Cube einfach neu spawnen lassen weil ich hab das jetzt genau so gesetzt das ist quasi hier ja die Tufel anaktiviert das ist nicht jetzt so gut wird der Würfel weggehen und dann die Tür öffnet sich die nächste ist anders gut schnell sein ja jetzt jetzt dann kann man mit uns ok ich treffe dich dort gut ok äh 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 ja äh 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 ja 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 äh 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 wie ihr seht äh 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 ä 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 ... ä Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass ich den Programme dafür bekomme. Tja. Dann fährt er immer wieder aus. Du sagst, dass du schlippst. Du sagst, dass du schlippst. Wenn du schlippst. Wenn du schlippst, deine Tür rummelst, dann schlippst du mit 5,000 lb. Ja, dass du schlippst. Ich bin einfach so, dass du schlippst. Ich kann mich natürlich nicht, wenn du schlippst. Das ist ja schon eher ein guter Test, dass wir testen, ob die Kugelsicher sind und nun der Kugelsicher war nicht stabil genug Schau, da sieht man sogar an den Kugel, da sind die 66% der Kugel, die alle produzierten Kugel sind stark, die Büros der Menschen sind Es sollte hier nichts nicht finden, wir müssen ihn trotzdem abschalten und verlassen, denn wenn die Büros der Kugel ist, ich gehe durch die 90 Minuten und das war's und hatte für die Folge, danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal auch wieder bei Horror Story Smell